Ja Leute was geht es geht weiter mit der Assassin's Creed Brotherhood mit mir den Pirates wir machen weiter schon wieder im Startzeit und heute sind wir ja fertig mit den Nebenquests, na äh neben DLC das war ja richtig lange das DLC und heute können wir was anderes machen nämlich ähm das hier genau wir machen heute leib eigene okay die Bauern haben wir schwer genug in Kriegzeiten zu überleben aber die Römer müssen auch noch den Borgia dienen und ihnen hohe Abgaben entrichten jetzt diesem Unterricht ein Ende, den Ligi Niccolo ja einfach mal versteckten Klinge töten ja okay gut ja heute machen wir ein bisschen die Nebenquests mal gucken was wir wollen oder so machen ich wollte auf jeden Fall heute mit dem Nebenquests anfangen ja und damit dachte ich schon dass er ließ das letzte Mal schon mal anfangen weil ich nicht damit gerechnet habe dass wir das doch so lange brauchen für das DLC das ist ja auch okay die Erwachen eliminieren die Erwachen eliminieren die Erwachen Oh, ein Mörder auf freiem Fuß, ne? Das ist geil! Aua! Andiamo! Da! Der Bogenschützen da oben! Schließe noch runter! Schließe euch einen sauberen Tod! Schließe jetzt! Ich schenke... Schließe! 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 Ich brauche mir die neue Munition, wie sehr... Neue Munition, fuck, 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 fuck! Cool, cool, müsst ihr bauen die neue Munition? Warte mal, wo ist denn hier ein Schmied? Scheiße, wirklich. Na gut, wenn man sich braucht, ne? Ist mal da flug vor, hier ist einer. Ah, das, den müssen wir noch kaufen, um es sich bauen. Mache ich kaufe ich den kurz 11 von 17 ok was tun wohl nix Möwe hier scheint sie so viel Rüstung zu geben wie wie einmal her Kuhl genau hier scheint es nicht so viel Rüstung zu geben wie damals in äh die Festungskrieg 2 aber da hast du ja schon richtig Rüstung gekauft gefühlt also also es funktioniert schon ein bisschen anders als Hessen für 22 zwar nicht grundlegend aber ich würde schon nicht sagen ich würde schon sagen also gerade wenn sie das einander spielt der Funktion einiges anders und das ist auch nicht schlimm ich finde das auch sehr cool also ich finde es absolut ok wenn man mal Dinge ein bisschen abändern muss nicht das nochmal so machen ok was ist jetzt los und drei sind einer zu viel äh Cesar Cesar hofft dass unser Widerstand durch seine Schusslinien gestolpert die Scharfschützen warten haben die im Fehl auf alles Verdächtige zu schießen haltet sie davon ab Nicola die drei Ziele weniger als zusammen zu killen ok ok von der Fernevision zu sein ähm fang ich mit ihm an fang ich mit ihm an fang ich mit ihm an es ist eine elegante Art der Fortbewegung ja Gibt es einen Grund für den ihr Irrsinn dass ich euer Kind sich das Verhalten tot halte? Ja ich weiß auch nicht also das mit dem mit den Attentaten verstehe ich bis heute irgendwie nicht aber wenn ich ehrlich verstehe ich bis heute irgendwie nicht das mit den Attentaten wie das funktioniert äh nicht wie das funktioniert wie das Kopfkühlsystem funktioniert das sofort er hat doch was er war jetzt vor äh schön dass ihr das vorhabt eh hat man jetzt vor nur das hier oh Junge ich muss den Material muss mir nicht hinterher ne oh best an jetzt kommt doch oh oh Hilfe 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 die arme Seele die Südländer mit die Wand alle Südländer haben sich getroffen und haben drei Wachen gekillt genau so war es so oder so war es so ist die so läuft die Geschichte und nicht anders alle Südländer der Welt haben sich für heute ähm getroffen und haben sich gesagt gut wisst ihr was wir killen drei Wachen wir sind übelst der Aufwand aber das haben sich gedacht das müssen wir tun da ist in der Südländische Pflicht und so kommt zustande ist absolut nicht gelogen und absolut wieder von absolut ironisch gemeint wie schön die Südländer die Südländer ich finde es gut er hat er mir nicht mehr der Grunde Prozent er hat er oben da muss werden sie so war eine Bank da kann man auch verkaufen, warum nicht? umkommen habe ich gemacht hat die Durchgaben jetzt aber wie zu machen jetzt passiert nichts mehr denn die Enttäuschung der Schöne und uns kaufen und die Packung schon wenn bei alle Banken gekauft wird ja wohl der Bank haben auch mal gebraucht das kann man auch mal haben obwohl das vorstehen hier macht auch eigentlich bei mir Willkopf immer da ist was da da ist 5 von 10 Dinger ok nice ja ja das auch noch mal kaufen ja genau das auch noch genau weil ich selbst auch bin bei 9000 wieder gell stellt unseren Star auf die Probe ähnlich wie klingen stabile Panzer ein Schnickschnack der auseinanderfällt nein mit dem ja reden genau aber immer als eine Taste ist alles eine Taste es ist so viel ja gut es ist bestimmt auch an der Kondole an der PS3 damals war das ja auch alles das ja Beutel, ja, 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 großer, großer Medizinbeutel, ja. Messer... Boah, Messer. Wie kostet das auch nicht? Messer nützt sich nicht. Auch Bombenbeutel. Ja, gut, auch Bombenbeutel, das kann dich leichter, das wird dir nicht mal lohnen. Ja, äh, Rauchbomben, jetzt kann dich wirklich mal lohnen. Äh, wenn ich schon gerade hier bin, kann ich ein bisschen noch was kaufen. 9200, 9200, 292. Wir haben leider alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft. Aber wir gehen noch... Und hier können wir nochmal das hier kaufen. Äh, Kortisan, ja. Meine Ahnung, das mache ich auch scheißegal. Ab da im Kommen. Ab so, ich krieg das, genau. Ab so, ich krieg mehr Geld. Einziger Mindest ist das Geld. Ach so, ich kann's nochmal umändern. Ah, ok, ne, verliert ja nicht. Da bin ich ja nicht um. So, ja, aber so ist Geld wieder ganz schade, ne. Das Geld geht auch schnell weg. Aber... Man muss auch dazu sagen, ja, Geld geht schnell weg. Aber man kriegt auch mehr gut Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Gäste, wie viel Geld das hier bringt. Da ist gar nicht drauf geachtet. Weiß ja, was andere ist gesperrt, ich weiß nicht mal ein Multiplayer, ne. Zu zweit ist man weniger alleine, das ist richtig. Ähm, um die Borja einschüchtern haben die... War jetzt hier mit einer versteckten T-Kill. Oh, boah, guck ich auch mal hin. Okay. Die verdammten Borja, ne. Nicht der Ausschlächer. Naja. Gerade ist ja auch Alienwake 2 sehr im Trend, ne. Wie Gott wirst du sehen. Ich hab's nicht angeguckt. Weil, wollte ich nochmal selbst... Ich wollte eben... Ich müsste vorher nochmal Alienwake 1 haben, aber ich hab gar keinen Plan von Alienwake. Ja, und ich werde nicht einfach Alienwake 2 spielen und keinen Plan haben, was Alienwake ist. Gefühlt. Aber es ist eine Schriftstelle, das weiß ich noch. Aber... Steht euch bei allen Fragen zu eurem Aufenthalt zur Verfügung. Ich weiß nicht. Äh, ich wollte, ich werde vorher mit euch nur meinen ersten machen. Ich weiß auch nicht wann. Wollte ich ja schon nennst gemacht, aber... Ja, gut, geklappt. Zeitlich, hm. Komm, ich habe eine neue Pleitiktur gegen Sipp. Die Wachen wurden angewiesen, störende Gefährte zu entfernen. Ausricht wie ich war noch kurz mein Lecker. Ich wollte noch kurz mal kacken. Achso, das geht auch nicht. Ich wollte kurz scheißen. Entschuldigung. Entschuldigung. Warum werd mich denn... Also bitte. Klar, niemand die Leiche gesehen. Wenn jetzt niemand die Leiche gesehen hätte, ne? Das ist so weird und ich ver... Ja gut, ich bin ja gleich da. Was war da? Was war das? Ich verstehe es nicht. Ich will... Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob das im dritten Teil im... Also im Relation Teil auch noch so ist. Komisch. Hm, keine Ahnung. Ich will noch mal was, was ich kaufen kann. immer ganz gut bevor man nochmal Geld bekommt ja komm auch viel Geld ey wir sind ja echt weit durch damit ne na gut dauert noch ein bisschen weil wir noch ein bisschen da war es aber aber ist das nur so also durch ist halt übertrieben aber aber naja soviel ist auch nicht mehr ne oder wie man hier und da haben wir ja schon na gut wir haben auch noch drei Border-Türme ne also da sind Türme doch relativ schnell ja Karl was die bei der Tour sind nicht laufen womit ich umrenne das tut was ich auch nicht oh Wölfe wieder ja Witte ich bin nämlich immer und durch die übersteckte Entbindung von der Flussarbeiter finden die die Architekten oh 300 okay oh gerne ist ja billig das ist ja billig ein hübsches Stück aber 1 von 80 Produkten ah ok die genau oh na und oh um wollen ich habe eher mit Geld gerechnet und das ist ja da lohnt ja kaum krass also ich hab ein bisschen bin da jetzt ein bisschen ähm ah nee da kommen wir nicht hin nee die drei Bordetürbis aufwarten ich habe ich habe eine einen hohen Beutel oder großen Beutel mehr kaufen aber ich hab die Medizin nicht aufgefüllt also intelligent genau wie viel Feuer nur eine hohe Betrag der Tragekapazität aber ich nutze sie nicht, das ist klar warum kann ich denn neue Geld erwarten an drei Minuten also echt nicht mehr viel ne hier noch ein bisschen ok ja ja ok aber es ist echt nicht mehr viel was wir noch, was wir noch darüber aber ja der Rest wird sich wohl auf die dreine hier aufteilen, da muss ja auch noch ein bisschen was machen da hat und im Kump ja klar, ne wie Wurde es nehmen immer die Ex-Seine weiter weg ist weil der nicht freigeschaltet ist ja spiel ja danke oder soll es ist ja wenn sie alle verschoben haben mit sich wundern dass er wäre das Spiel ist der immer sehr spaßig ich weiß nicht was zum Geräusch eben war ich weiß jetzt auch gehört wenn ihr darauf geachtet hättet habt ihr das Geräusch gehört hier war keine Ahnung das war ja 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 Und was jetzt? Mission? Taktische Korrektur. César. César. Ne, César. César. César liest einen... Seiner bester Regenzeug nach Rom rufen. Er hat eine wichtige Persönlichkeit. Ist im Reister mit Pferden und Escorte. Nicht durchbehalten sollte es ein Problem sein. Weniger als zum Nachfüß. Was? Nicht durchzuhalten soll es ein Problem sein. Ah, du willst die umbringen, auch so. Was sind mit der war so komisch ausgedacht? Ich deutsch, beide sollte keine Möbel, weil mich jetzt so... Was willst du mehr? Oh. Oh. Und auch hin. Äh. Äh. warte mal absteigen Pistole rutschen jetzt ziel doch also du bist jetzt da drin oder was war Junge halt die Schnauze Mist ich brauche mich ich brauche eine Mechaniker ich brauche Mist Mist er ist in zwei NIP es hier wohl es da auch schon drin war abweh feld mit den Attentaten gut da sind wir fertig ne neun also müssen auch mit Missionen ich glaube ja äh ich brauche ein ja ich bin denn hier ist es hier nein das Kaisern Auftrag ok Linden kann ich irgendwo hier anzeigen 1 äh ähm ne egal aber das ist ein Auftrag das ist ein Rundi die 0 sind 4 Euro das kein Auftrag da ist ein Auftrag da ist ein Auftrag genau würde ich sagen gehen wir gehen wir mal hier hin und reparieren halt äh ja meine meine Rüstung gut sehr schön nice ok das ging ja schnell die 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 schutzwaffe die ist nicht so schnell ob die Schnelligkeit der Schutzwaffe ein bisschen unterschätzt aber ja 17.000 ist wieviel wieviel das gesamte Inventar 60.000 und vielleicht noch ein bisschen arbeiten das Geld ergeben ist die 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 der die 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 ganz genau alles gerade mal geklappt. Nein, es sind ein paar Sekunden später und es ist mir nicht geklappt. Wenn wir mal gucken, ob ich beim Schmied jetzt auch die Energie aufholen kann. Oder vollmachen kann. Letztes Mal ging das. In zwei Jahren ging das nämlich. Das hat mich auch gewohnt. Wir wollten nicht den Arzt. Es konnte auch den Schmied machen. Ich weiß nicht warum das so war. Oder ob das so Verletzungen gibt, die tatsächlich beides geht. Oder ob man nicht gesagt hat, naja... Wir machen einfach beides, weil wir wollen das Spiel nicht nerven. Ich weiß nicht warum beides ging. Gut. Ja, okay. Ja, okay. auch nähe oder auch in den die vorher ist gut das ist jetzt hör mal auf das soll das sind und wäsche Es ist gut sie nicht jetzt hier, lass es mal so. Ah. Oh. Hi. So, geiler Verhältnis war halt extra. Ja, ist ja gut. Wird aber gar nichts. Wow, wir könnten... Können steckten überhaupt aus Händen. Krass. Hier ist der ja richtig krass unterwegs. Muss operieren, ja, muss operieren, was kostet das? Ja, ist eh egal, muss gemacht werden. Frage ist, bekomme ich meine Energie hier? Ja. Ja. So komme ich, das ist mir sehr, sehr gut. Oh, hier war doch ja ne, auch ne Arzt. Das weiß ich denn noch, hier war, hier war der Arzt. Genau. Hm, 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 hm. Ach, ne, ernst. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Boah. Ja, toll, was ist denn das? Ja, ja. Na, dieses bescheuerte, das ist jedes Mal macht, wenn du... Weil das andere, die Teste, die auch die Teste ist zum Ding. Oh Gott, dann lass ich das jetzt. Das ist jetzt egal, ja. Ich mal jetzt, ich noch mal weg, ist mir egal, jetzt. So sind's gut. Ist mir egal. Ja, ich leide, dann. 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 Oh, wo ist denn da jetzt wieder einzuwerfen, das geht ja noch. Ey, ist nervig, gerade. Ja. Sieht gefährlich aus nicht. Weil, also, da. Ich mein, dass das Problem ist, um das zu machen, du abzuräumen, du musst ihn die Gleiter zu drücken, wo immer die Zivilisten da angreifen, weil du bist immer dann, du musst es halt, du musst es halt so drücken, dass es dann nicht macht oder. Ah, es ist mal diese bescheuerte, es ist echt die Doppelbelegung. Das war am Ende in Zeiten nicht ganz zu schlimm, weil das ist nicht so oft gehabt. Na gut. Nein, nein. Geh doch da lang. Das ist ja doch logischer. Danke. Auftrag ist ja nicht auf den Mond. Okay. So. Egal. Gut.